Guten Tag, willkommen zum Video. Ich zeige euch, wo die Steam Client Geschwindigkeit für Downloads. Allererstens möchte ich natürlich hinweisen, ihr lädet Spiele herunter für Steam. Ihr lädet für Spiele herunter, ihr sagt, ich will das Spiel spielen oder Leute sagen, ich wollte was anderes Spiel, großes Spiel, was nicht so lange dauert. Und ihr wollt natürlich den herunterladen und ihr bekommt schwaches Geschwindigkeit. Also ein schwaches zum Beispiel. Na egal, egal, ich mache dann hier mal, hier sind es. Dann klicken auf installieren und wir kommen hier in diese ganze Statistik. Und davon soll dieses Video mal gelten. Wo kann man das herausfinden, wie viel Geschwindigkeit für den Download bereitstellen? Ich bekomme natürlich, ich habe einen Betreiber, ich habe hier Telekom und natürlich hat er natürlich nicht so viel gute Geschwindigkeit auf Lager. Es gibt nur eine Seite, die ich gefunden habe und zwar hier natürlich, ich habe schon welche Trafics sind doch gut geworden. Oder da sind welche, welche sind ab Null da. Aber ich habe da was anderes geguckt, da ist es ganz gut, da ist doch mehr gut. Also da könnt ihr bei China gucken. Bei China, weiß ich nicht was sie haben, die haben ein gutes Internet wahrscheinlich. Die Leute haben ein persönlich gutes Internet. Und da könnt ihr einfach mal China machen, weil, jetzt als ich festgestellt habe, bei China haben sie ein bombenmissige Internetstelle. So, ich mache irgendwann China hier, ich mache jetzt China, äh, ja, dann machen wir das da hier. Besteht, machen wir mal Haken raus, ne? Bestätigen. Und jetzt Neustarten, ist sehr wichtig. Wenn wir Änderungen vorgenommen haben. So, und jetzt möchte ich jetzt gerne hier, hier gerne jetzt runterladen. Dann möchte ich hier gerne hier SIMS runterladen. Das, das zeige ich euch jetzt kurz mal. Ich mache hier SIMS. Hier steht natürlich, roti Sekunde. Und wir klicken hier an. Und jetzt, ja, weiterklicken. Zustimmen, wir zustimmen das Ganze. Und Download ist natürlich am Werk. Also, können wir den mal rausschmeißen, da möchte ich. Rausschmeißen und hier sieht man, das geht die Download-Sequenz. Da ist der Download und natürlich, bang, ist der Download. Wird herunterladen. Die SIMS, ähm, hier sieht man schon die Download-Begrenzung. Hier sieht man natürlich. Könnt ihr natürlich jetzt gucken. Download, wunderbar. Könnt ihr einfach downloaden. Ganz easy. Ihr könnt auch ein bisschen werkeln. Könnt ihr wissen, welche Feinheiten geht. Könnt einfach mal irgendwo anders probieren. Wo ein bisschen Minimales besser ist. Da könnt ihr einfach mal ausprobieren. Oder sage ich, ausprobieren macht den Meister, ne. Sage ich, ausprobieren. Einfach ausprobieren. Hier sehe ich schon, das geht locker flockig. Also hier sehe ich das Ganze. Ihr könnt Spiele runterladen. Dafür könnt ihr auch alles mitmachen. Ah, Moment. Ich glaube, wir machen das da hier. Kurz mal anhalten, das Team. Aber, ich kann schon feststellen. Ich kann es auch mal verlinken, die Seite. Ihr könnt bei China mal schauen, reinschauen. Was ist das denn für ein Land? Aha, könnt ihr auch mal angucken. Ihr könnt es einfach anschauen, was es euer Traffic zur Internetverbindung herbietet. Für den Download manchmal welche Anbieter, die bieten nicht den Download nicht so gut an. Boah, jetzt wird natürlich Steam. Ja, Steam, jetzt lädt das Ganze runter. Aber, 3%. Und das läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Wenn ihr natürlich welche Addons hier drin noch habt, dann schmeiß die kurz mal aus, welche Sachen. Dann geht es vielleicht schneller. So. Wie kann ich jetzt den Download hier wieder abbrechen? So. Ja. Ich wollte es nur zeigen. Ich wollte es nur zeigen. Ich wollte es mit euch nur zeigen, wie ihr natürlich mit Download auskennen könnt. Ihr könnt natürlich auch reinzoomen. Ihr könnt mal schauen, was finden. Amerika habt ihr das noch angebot. Aber das Ganze, was schwarz ist, da ist nichts los. Ihr könnt einfach mal die gelben anschauen. Dann könnt ihr einfach mal ausschauen. Und da könnt ihr euch die Downloads Sachen runterladen. Dann sage ich mal, viel Spaß bei Spiele runterladen und Spielen damit. Viel Spaß damit. Und wenn das Video gerne gefällt, bitte lasst das Video ein Abo da. Wiedersehen. Tschüss.